Das ist mein Hauptstar Fred und das ist sein Terrarium. Im letzten Video habe ich es eingerichtet und in diesem Video werden wir es upgraden. Dafür habe ich einige neue Sachen gekauft, wie diese schöne Weinrebe. Außerdem habe ich eine größere Wardrocks gebaut und an dieses coole Haus vier Stelzen geklebt. Bevor wir aber mit dem Video beginnen, müssen wir Fred aufwecken. Mann, wer hat mich geweckt? Chill Fred, ist nur für ein paar Stunden. Fred ist jetzt aus dem Haus, vielleicht seht ihr ihn dort und jetzt zeige ich euch, was ich machen will. Momentan sieht sein Terrarium so aus. Ich will hier zwei Stöckewände hin tun, damit ich alles auf die gleiche Höhe machen kann. Wie ihr seht, ist das Terrarium sehr schmutzig und ich will es auch ein bisschen umrichten und nicht nur sauber machen, sondern ein bisschen umrichten. Wie ihr sehen könnt, das ist hier sein Bunker. Der wird jetzt doppelt so groß, nämlich 40 cm. Dann kommt noch ein Haus dazu, frische Moosblatten und so weiter. Vom letzten Video bis jetzt haben sich aber trotzdem einige Sachen geändert. Zum Beispiel dieses Kokoserdbad ist hierher gewandert und hat jetzt auch Kokoserde, was das vorher nicht hatte. Die Strohecke wurde jetzt dafür ein bisschen kleiner, aber es gibt ein Haus versteckt und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Upgraden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.